Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rickman, ich bin zurück mit einem neuen BGS Send-Off Video, dieses Mal getrennt von den PSA-Karten, denn es sind ziemlich viele diesen Monat bei BGS und wir fangen direkt mal ohne Umschweife an mit dem Bastian und er hat ein Rookie Stufe 4 Christian Brown K-State eingereicht, super sweetest Ding, sehen einfach geil aus jedes Jahr, muss man sagen, die Stufe 4 und etwas ganz besonderes, eine Pink Ice LeBron mit dem Tribute Dunk, Kobe Tribute Dunk und die waren auch in einem Rickman Rips Mac, in einem Mac mit einem Sticker, ewig lange her, 2020 Prism, hat er bei mir gezogen, kommt jetzt in den Slap und dann haben wir den Josef mit einem Legacy Patches, Franz aus Flawless Player One Material auf 10, Collegiate Flawless ist das Ganze, auch ein super super schönes Ding hier, Chunky Patch und dann haben wir einmal den Lukas mit zwei Glass Karten, einmal Nick Bosa, einmal Josh Jacobs, auch sehr sweet, dann haben wir ein paar richtige Banger-Parten dabei auf jeden Fall, Leute, unglaublich, Spectra Gold, Rookie Autograph, On-Cart Autograph, Sickest Patch hier, zwei von zehn, brutale Karte, Junge, 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 Nils, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, hier mit zwei Baseball-Karten, die man mir gezogen hat, einmal Pentameras Penmanship, Andreas Kriminez auf 25 und dahinter ist einmal Josh Young auf 10, ein brutales Ding hier, Rookie Josh Young von den Rangers, sehr, sehr schön und dann haben wir den Patrick mit Rajon Rondo und das ist auch ein Asia Hyper Parallel hier aus Spectra auf 3, das ist 2021 Spectra, dann haben wir den Patrick, dann haben wir den Dennis mit einem Franz Wagner, Patch Autograph, Game 1, On-Cart, Second hier auf 10, brutales Ding, ist über Umwege von mir dann bei ihm gelandet und dann haben wir einmal den Christoph mit einem sicken Ant-Man Rookie Autograph auf 5, Emeralds, Draft Gem Signatures, Zungenbrecher, auch eine wunderschöne Karte, Junge, 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 was viel für Dinger dabei sind, Wahnsinn, 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 wir gucken uns mal, was ich eingereicht habe und zwar habe ich einmal die nächste von den Titaniums aus Chronicles eingereicht, dieses Mal die Jersey Number auf 22, ist aber auf 21, weil sie scheinbar noch nicht so richtig wussten, welche Jersey Number er irgendwie kriegen wird, weirderweise und er hat ja in der Pre-Season da in der Summer League die 21, glaube ich, noch getragen, dann haben wir eine Immaculate 2022, 23 auf 10 und Junge, 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 2022, 23, Second year Flawless, Chunky, Chunky Patch, Gold auf 10, Game 1 Material, Junge, 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 was eine Karte, Wahnsinn, 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 und direkt der nächste Banger hat mir noch gefehlt, für den kleinen Low-Numbered Rainbow bei den Spectra RPAs, On Card, extrem Chunky Patch hier und das ist Marble auf 5, 4 von 5, ergibt 9, Franz Wagner Nationalmannschaft, Jersey Number, let's go, Leute, let's go, College-Jersey Number auch, müsste, glaube ich, auch die neuen gewesen sein und dann haben wir noch zwei im Card Saver, einmal Photogenic, Gold auf 10, letztes Jahr müsste es sein, 2023 Photogenic und einmal Originals, Rookie K-Sit, da gab es noch keine Parallels von Originals, da gab es nur das als K-Sits, mittlerweile gibt es die auch numbered und sowas, werden nie verkauft, findet man nie, jetzt habe ich mal zugeschlagen, ziemlich damaged die Karte, aber who cares und dann kommen wir zum letzten Einreicher in dieser Submission und es ist der Sebastian und ich sage euch Leute, der Sebastian hat 20 Karten eingereicht und es ist nur crazy, crazy Zeug dabei. Geht schon gut los hier oben, einmal Tyrese Maxxie mit dem Rookie Autograph auf 10 aus Impeccable, wunderschön, einmal Gold foil, richtig, richtig sickes Ding, dann haben wir jetzt den nächsten, den Ant-Man mit einem Penmanship Autograph, Secondy auf 49, On Card aus National Treasures, sehr schön, dann die Aaron Fox, Game on Material, On Card aus Flawless auf 25, müsste 21, 22 gewesen sein, jawohl, wunderbares Ding, dann Bankero mit einem Rookie Autograph auf 10, Silver Screen Debüt, Gold, On Card, Leute, 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 Sebastian hat brutale Dinge hier eingereicht, Holo Silver, Jet Rookie Autographs auf 25 aus Impeccable, auch eine wunderschöne Karte und dann haben wir einmal Jordan Love auf 125 mit dem Patch Auto aus Panini One, dann Sword Gardner auf 5 mit dem On Card Autograph aus Flawless, auch Wahnsinn, auf 5 das Ganze, dann haben wir den Ant-Man mit einem Colossal Material, Secondy auf 49, Game on, On Card, so wollen wir das sehen, so wollen wir das sehen und da dreht sich schon der Slab, wir haben SGA mit einem On Card Autograph aus National Treasures, Peerless auf 49, auch sehr schöne Karte, oh, die ist nice, auf 99, Halliburton mit dem Freeze Frame, den gibt es leider auch nicht mehr, 2020 Noah, Rookie, Rookie Halliburton, nee, 2021 ist es kein Rookie Secondy Halliburton, dann haben wir einmal Maxi mit dem RPA, Colossal Material auf 49 aus NT, sehr schön, wir haben Baba Murray hier und Spectra Green, sehr sweet, da müssten die Rookies auch noch Player One gewesen sein, genau, einmal auf 25 mit dem Green Parallel, super sickes Ding, On Card und dann haben wir Chad aus Panini One mit dem Purple auf 35, alles On Card hier beim guten Mann und dann haben wir Paolo mit dem Clutch Factor, Rookie Autograph, Rookie Patch Autograph 49 aus National Treasures, da kann man nichts zu sagen, Leute, zu den Karten, sonst kommen noch 5, 6, Jane Ivey auf 99 aus NT, RPA, einmal Kate mit dem On Card Autograph, mit dem RPA aus Spectra und das auf 149, immer schön zu sehen, dass die ganzen Redemptions dann auch irgendwann unterschrieben wurden, wir haben Amrassian Brown auf 99 mit dem Crossover RPA, auch eine super sicke Karte, Chunky Chunky Two-Color Patch hier an der Seite und dann haben wir Ian Hutchinson mit dem Draft, ähm nicht mit dem Draft Gem, mit dem Gem, mit dem Sapphire auf 15, On Card Autograph dazu, Mann, Mann, Mann Sebastian, wir haben Kyle Pitts, äh, ebenfalls mit dem Diamond hier drin, mit dem On Card Autograph, auf 10 ist es hier bei Kyle Pitts, massive Silberfoil, brutale Karte, Junge, Junge, Junge und dann zu guter Letzt einmal Drake London auf 18, mit dem Green, ich glaube es ist das First of the Line Parallel, äh, zwei Chunky Patches hier, Dual Patch, Autograph, On Card und das war's für die BGS Submission, Wahnsinns Karten, Leute, wenn ihr selbst was einreichen wollt bei BGS in alle 4 bis 6 Wochen, 4 bis 5 Wochen, schaut auf RickmanBreaks.de rein, da steht das Submission, Due Date und, ähm, ja, das war's von meiner Seite, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, bis dahin, euer Rickman, Greats. Bis dann, 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 bis dann